Welches denn? Das ACRG, aber ich treff der Tapp im ACRG nix, deswegen bin ich aufs Rollpunkt umgestiegen. Alter, es wendet dahinter im Kass. Stopp, wieder da. Fonty, wirf ne Granate hin, hier vor mich, ok? Ihr braucht ein Alt-Toucher. Au, der Marco schießt mir einfach mal voll in den Rücken. Oh, ich feier das grad so. Ja, es ist aber auch schon öfter passiert, wenn du da nicht mehr wegkommst. Ja, mir passiert das in letzter Zeit so oft. Wo ist denn der? Ah ja, nevermind. Ich hasse ihn, er hatte 3 HP. 3 HP. Marco, kannst du jetzt bitte den Ballhack ausschalten? Das war schon offensichtlich. Ja, ziemlich, also bitte. Wasser heizt da auf dem Silke. Ich werde doch meinen, meinen Spot, äh wie heißt denn die Scheiße, meinen Breach-Charge-Hack ausschalten. Jawoll, funktioniert. Ne, hat nicht funktioniert. Ne, hat nicht funktioniert. Ah doch, hat's. Nice. Und der hat, ich hab einen richtig fetten Hit bekommen. Ja, auf mich aber. Ne, auf irgendwas anderes, das war schon rot. Ich hab oben die Fenster im Auge, ich sehe allerdings oben nichts. Soll ich mal, ähm, schaffe ich's hinter den weißen Venn zu läden? Kann ich ja an der Decke so lange? Ah, ich häng fest, alter. Ne, leg dich hin. Nice. Tachanka ist. Tachanka und Tachanka, glaub ich. Achtung, Achtung! Wo ist Tachanka? Hinten, ähm, klein. An die Kackern? Ähm, weiß ich nicht. Achtung, an der Seite pushen vielleicht eine raus. Ne, ne, den haben wir aufgemacht. Hier oben immer noch keinen. Nice, da war mein Assist für Vendet. Jajaja. Da hast du den nicht angesprungen. Da ist ein Schild drüber. Kannst du da einen Nathan werfen? Kannst du da einen Nathan werfen? Ne, ne. Ne, ne. Die Garage ist drin. Einer kann planten, wenn er will. Nein! Nein! Einer hat doch gesagt, es gibt keinen Krabkern. Sie sind beide in der anderen Bombe drin. Geplante. Nein! Geplante, alter. Geinjured. Der andere kommt Kühne. Nice. Ich hatte für ihn anderen Leute keine Muni mehr. Ne, sorry. Da hab ich grad ziemlich spät reagiert. Ja, was soll ich sagen. Ich hatte keine Muni mehr. Ja. Sag mal, wieviel hab ich dir denn gemacht, dass du sagst, ich hab so'n Riesen mitbekommen. Alter, das war so schlecht, Marvel. Das war so öfterlich schlecht. Ja, mein Name ist Schlangenau. Der ist offen, offen. Okay. Da oben ist offen. Das war so. Das war so. Das macht's gut. Das war so. Das war so für mich. Das war so. Das war so. Das war so. Alter Alter I'm touched by Hank Tecma Stairs, 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 stairs I'm touched by Hank Tecma Stairs, 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 stairs Kill him What is he doing, man? What is he doing, man? Thanks Thanks Wer hat mir jetzt meinen Kill geklaut? Ich glaub's nicht Ich Dir verzeih ich's Hoffentlich genau was geben Okay Okay, das wäre nett Wie geht's euch denn so? Sehr sehr gut, und euch? Super gut Salzburg, Österreich 4,5 Alle, beide Ich fahr was fast Ah, wie wir Wie wir auch Ash is down Da Oh Nein, das ist nicht funktionier Du musst lange rumstehen Ja, das weiß ich Die haben die Wand zerstört Die haben die Wand zerstört Hat Kapkan World Curry ist bei mir da Der Kill ist bei dir Ja, und die rennt jetzt nach rechts Und da kommt noch mal einer Da ist Puls Puls ist da Die kommen hin von oben Ich bin schon so down Ja, ich hab ihn gesehen, aber ich hab keine Leben mehr Ja, ich hab ihn gesehen, aber ich hab keine Leben mehr Das ist fast so gut, wie wenn du auf Kanal sagst Aus dem Haus Wir sind auf Kanal Wir sind auf Kanal Gut Ich warte darauf doch erst raus springen Die ganze Zeit für Kanal? Ziemlich lange, ja Gerade angetan Das war grad so ein Feld von mir, aber der Feld von Frost war noch viel cooler Das ist Tachanka Das ist Tachanka Das ist Tachanka Ja komm, als ob Ne, sorry Wow, das hat richtig viele Leben gezogen Wo? Hinten, wo die Bomben sind Die Bomben sind Dieser Raid ist so dumm Das tut schon weh Da draußen ist jemand Ich hab's ähm Irgendjemand getraubt mich Ich weiß nicht wer mich gekillt hat Der Treppe ist letzt Yeah, wo ist mein Mojo Genau da ist mein scheiß Mojo Ja, hier kann ich wieder spielen Ich guck auf die Tür rechts im Norden Jo Ich höre von X Schüsse Vier Nein, leg dich hin Nein, leg dich hin Nein, leg dich hin Nein, leg dich hin Ich lass mich nach zwei Minuten haben Ich denk's mir auch Oben, Droppe Ich lass den Weichen hin Wenn der nicht schützt Stop shooting Habe ihn Habe ihn Habe ihn, Habe ihn Man kann mich aufheben Man kann mich aufheben Doch, doch nicht Der ist hier oben Habe ihn Ich hab sie Habe ihn Ich hab sie geinchert oder irgendjemand hat sie geinchert Ich hab sie geinchert aber ich kann nicht töten, weil der Kass noch meiner ist. Wird aufgehoben. Ich krieg das nicht mehr von los. Ja, komm, Alter, es ist immer derselbe Scheiße mit der Spass. Kann nicht sein. Gegen die Spasskanz auf 100 Meter snipen. What? Die ist mir nicht mal angezeigt worden, als draußen. Die war auch nicht draußen. Ach so. Die hat bei mir ausgesehen, dass sie reingehüpft. Ja, hallo. Oh, da zieh den Scheister. Was denn? Oh, Gott. Was? 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 Was?